Ein Ford Mondeo steht hier zum Verkauf. Der schwarze Kombi ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 176.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2001. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Dachrailing, Einparkhilfe, Bordcomputer, Sitzheizung und vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 170 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 10,0 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 1.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen uns. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Bester Preis Branden zum Hauptzeit.